Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir sind in dem Item Shop vom 21.04. Gucken mal, da ist immer noch dieser Finsterhase von gestern drin. Wir können uns jetzt einfach mal die Noten anschauen, die es inzwischen gibt. Gut. So, wir haben den Finsterhasen hier. Gestern haben wir die Noten bereits gegeben. Das ist der... Wo ist er denn? Der Nighthair war das. Genau, wir schauen jetzt einfach mal, wie die aktuelle Noten für den aussehen. Wo ist es denn? Da. Das da. Ja. Gut. Da haben wir 3,28 von 5 bei 18 Votes. Alles klar. So, dann haben wir die Stahlkarotte. Die hatten wir gestern ja schon bewertet. Gucken wir mal, wie sehen denn da die Noten aus. Steel Carrot. 3 von 5 bei 4 Votes. So. Das war es jetzt auch schon von diesem Pack. Dann sind wir bei Pastella. Die hatten wir ja auch schon erst gehabt. Gestern. So, Pastella. Wie sind da die Noten aktuell? 4,1 von 5 bei 21 Votes. Dann haben wir hier den Spross. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist... Wo weiter? Sprout. Okay, alles klar. Das ist... 3,2 von 5 bei 5 Votes nur. Dann haben wir den Hopper. Der Eierkopf, den finde ich eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie da die Noten momentan von eurer Seite ausgefallen sind beim Hopper. 2,88 von 5 nur. 16 Votes. Alles klar. Jo. Und dann haben wir noch die bunte Brechstange. Das ist diese... Das müsste die Bolt Bar sein. Genau. Die Bolt Bar. Schauen wir hier mal rein. Das sind 3,29 von 5 bei 7 Votes. Dann müssen wir hier jetzt durch sein. Jetzt schauen wir mal. Oh, sind die Bunnies wieder da? Klar. Darauf habe ich eigentlich nur gewartet. Wie viel gefällt mir? Ja, gefällt mir. 7 von 10. Von mir kriegt die 5... Ah, komm, es ist Ostern. Es ist Ostern, kriegt Bunny von mir auch 7 von 10. Also, schlimm, aber... So. Das ist... Links. The Rabbit Raider. Nein, Rabbit Raider ist es noch nicht. Bunny Brawler. Genau, der Bunny Brawler ist das. Und Bunny Brawler hat 4,26 von 5. 62 Votes. Am 1. April 2018. Das erste Mal drin gewesen. April Scherz. Dann haben wir den... Lang Ormore Roader. Wie findest du den? 7%? Auch 7... Okay, auch da lasse ich mich heute mal dazu breitschlagen. Das ist der Rabbit Raider. Aber nur, weil Ostern vor der Tür steht. 4,16 von 5 bei 31 Votes. Auch 1. April. War's denn? So, da sind wir hier schon durch. Jetzt haben wir den Castor. Ich find den eigentlich... Ganz cool. Wie viel? 8 von 10. Der Castor. 8 von 10. Von mir kriegt er 7 von 10. Der Castor. Und da haben wir derzeit... 3,53 von 5 bei 32 Votes. So. Dann haben wir das Häschen Hüpf. Wenn ihr jetzt oben rechts in die Ecke guckt, da... Also da, wo ich jetzt bin. Also da, ich bin da jetzt drunter. Da hab ich den Link zu dem langen Video von dem Häschen Hüpf. Könnt ihr euch dann anschauen. Wie gestern? Ja, die hatten wir ja gestern schon gehabt. So. Da können wir mal ganz kurz gucken, wie beim Bunny Hop die Noten momentan ausgefallen sind. Das sind 3,5 von 5 bei nur 14 Votes. So. Dann sind wir bei der Frühlingsparty. Ja. Und ich. War das nicht auch jetzt gestern erst drin gewesen? 5 von 10. Da brauche ich keine Note mehr für abzugeben. Ich glaube, ich war gestern drin. War gestern drin. Das müsste Pastell... Pastell Print ist das? Nein, das ist nicht Pastell Print. Das ist Spring Party. Okay, schauen wir mal da rein. Spring Party. Hier 3,7 von 5 bei 10 Votes. Ja. Genau. So. Dann haben wir den Karottenknüppel. Ja. 7 von 10. Ja, passt. 7 von 10. Der Carrot Stick. Und da haben wir hier... Aber nur weil Ostern ist. Ohne Scheiß. 3,67 von 5 bei 6 Votes. So sieht das Ding aus. Dann haben wir den... Neuen. Moment. Das machen wir jetzt mal ganz kurz anders. Dann machen wir jetzt hier mal... Ich blende mich mal ganz kurz oder blende uns mal ganz kurz aus, damit der Sound besser klingen kann. Ich lese mal ganz kurz. Ich kann nicht mehr... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt müssen wir mit dem Loop durch sein, das ist vom Elektroswingen und wir waren jetzt beide ein bisschen überrascht bei der einen Stelle, da kam auf einmal, da hat man eigentlich mit dem Bass gerechnet, da kam was anderes. Welche Note gibt es denn nur dem elektrifiziert? Elektrofizierung. 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 Speed. Bei zwei Votes nur. Dann haben wir den Pastelldruck noch zuletzt und den hatten wir jetzt auch erst gehabt. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht großartig jetzt was dazu sagen. Das war dieses Pastel Print. Das war von gestern, genau. Definitiv von gestern. 3,33 bei 3 Votes. Und User Reminders 3. Wie geht das? 3,3 von 5 bei 3 Votes. Bei 3 Votes. Okay. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Es ist voll einfach. Wie denn? Wie sind die Noten zustande gekommen? Ah, ne. Was könnt ihr ruhig sein? 3 durch 3. Ne. Ich habe keine Ahnung. 5,3,3 wahrscheinlich dann. 5,3,3. Das wären 8. Das wären 11. Nein. Nein. 5,4,1. 5,4,1. 5,4,1 wäre zum Beispiel ein 10 durch 3. 3,3. Genau. 3,3. 3 von 5 bei 3 Votes und User Reminders 3. Du hast recht. Ja, also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was die Kommentare ab und nicht den Kanal. Und dann sehen wir uns wieder als Fortnite mit uns, dem Tiger da und mit mir, dem Waschbären. Und ich wünsche allen jetzt einen schönen Ostersonntag. Lasst's euch gut gehen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann und tschüss. Tschüss.